Einer der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands, Theo Müller von Müllermilch, trifft sich mit Alice Weidel und Links-Twitter sowie die Presse laufen natürlich Sturm. Doch jetzt versuchen sie sogar, auf richtig peinliche Art und Weise Müller zu canceln. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und es sind wirklich Zustände in Deutschland, die man sich wirklich nicht mehr vorstellen kann. Ich meine, wir erinnern uns zurück an die Wahl in Sonneberg damals. Da gab es ja von den öffentlich-rechtlichen Medien tatsächlich Leute, und das ist nachgewiesen, die dazu aufgerufen haben, den ganzen Landkreis Sonneberg zu boykottieren. Und jetzt gehen hier diese Meldungen eigentlich von Handelsblatt über Spiegel beispielsweise. Jeder berichtet darüber, über etwas, was eigentlich überhaupt gar keine News sein sollte. Nämlich, dass der Molkereimilliardär Theo Müller, hier seht ihr ihn kurz, sich eben mit Alice Weidel getroffen hat und die über Politik geredet haben. So, oh mein Gott, wie schlimm ist das denn, dass ein deutscher erfolgreicher Unternehmer sich mit einer demokratisch gewählten Partei, die aktuell je nach Umfrageergebnisse 22 bis 23 Prozent des deutschen Wählerwillens entsprechen. Hm, was ein Skandal. Ja, ich sehe schon als nächstes die Schlagzeilen hier, dass die Landliebe, die gehört nämlich ja auch zu Theo Müller, dass das jetzt wegen dieser Landliebe eben eine rechtsextreme Milch ist. Da sieht man ja auch schon, blau sind die Farben der Landliebe eindeutig zu erkennen und am besten doch jetzt alles, was Müller und so produziert, boykottieren. Also das muss man sich mal wirklich vorstellen. Und wenn ihr jetzt glaubt, ich erfinde schon wieder etwas, nein, weil schaut doch einfach mal hier bei Renate Künast auf ihrem Profil auf X hier. Da schreibt sie einfach, sollt ihr wissen, Ausrufezeichen. Ja, warum sollen wir das dann unbedingt wissen, Frau Künast? Was spielt das für eine Rolle, wenn wir uns entscheiden, einen Müller-Milchreis oder einen anderen Milchreis zu kaufen? Theo Müller, Doppelpunkt, Molkerei-Milliardär, bestätigt Kontakte zur AfD. Ja, so allein so dieser Satz, bestätigt Kontakte, so als ob es sich dabei irgendwie um eine Terrororganisation oder so handelt. Ja, hat das schon der Verfassungsschutz überprüft, so ungefähr. Müller ist Haupteigner der gleichnamigen Unternehmensgruppe. Zur größten Privatmolkerei Deutschlands gehören bekannte Marken wie Müller-Milch, Weihenstephan, Landliebe. Hat sie also schön nochmal alle Marken genannt, damit auch ja, ihre ganzen Follower wissen, welche Marken sie in Zukunft bitte dann meiden mögen. Ja, und dann verlinkt sie auch noch alle möglichen andere Leute, damit die auch ja Bescheid wissen, was hier alles so abgeht. Ja, ich habe ergänzend noch leicht ironisch darunter geschrieben, vielleicht möchte er halt einfach nicht mit Verfassungsbrechern, also aus der Regierung in Kontakt gebracht werden. Ja, aber ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wo sind wir eigentlich hingekommen, dass wir in einer Demokratie leben, wo eine parlamentarisch gewählte, sowohl in vielen Landtagen als auch im Bundestag gewählte Partei, ja, die Mitglieder von denen sich nicht mehr mit Unternehmern treffen, wie es eben in der Politik und in der Wirtschaft völlig normal ist. Ja, ich meine, wie viele grünen Politiker treffen sich denn beispielsweise mit Unternehmern aus den USA, ja, oder solchen Leuten wie Hal Hardy und so, der ja auch ganz zentral mit die Agora Energiewende und alle möglichen anderen Projekte und so weiter finanziert, ja. Und vor allem auch in der Regierung tatsächlich, wenn wir jetzt mal ansehen, was damals mit Greichen und so alles passiert ist, ja, wenn man sich anschaut, hey, da ging das ja nicht unbedingt demokratisch so wirklich zu, wie wieder die einzelnen Posten hin und her geschachert wurden und so. Und jetzt kommen die hier an und wollen irgendwie die Deutschen dazu bringen, keine Müllermilch mehr zu kaufen oder was. Und ich meine, wir müssen ja einfach nur mal einen kleinen Blick in die Realität aktuell werfen. Ich meine, auf einem viel kleineren Level war das natürlich bei mir ähnlich. Als ich angefangen habe, die Grünen zu kritisieren, da wird mir dann ja sofort immer rechte Hetze vorgeworfen. Habe ich neulich auch schon wieder gesehen bei Maurice Höfgen, ja, hat mir auch vorgeworfen, ich würde rechte Hetze und so weiter verbreiten. Dann habe ich ihm einfach mal so ein bisschen geantwortet und zack, meine Antwort hatte irgendwie das Dreifache oder so an Zuspruch wie sein Ausgangspost. Das heißt, die Linken und Grünen haben immer noch nicht verstanden, dass dieses Cancel mittlerweile vorbei ist, ja. Dass es alles immer nur nach hinten losgeht. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, ich habe ja auch berichtet, beispielsweise über solche Unternehmen wie Chibo, ja, die halt einfach anfangen, an gar nicht mehr ihre eigentliche Hauptzielgruppe auch Marketing zu machen, die offenbar die Rechnungen und so normalerweise zahlt und die Produkte, weil sie ja jetzt mit Rekordverlusten und so weiter rechnen. Oder nicht rechnen, sondern sogar tatsächlich bestraft wurden. Oder wenn ich mir jetzt hier angucke, beispielsweise, ne, auch der Tagesspiegel. Es gibt ja viele Zeitschriften und Medien, die die ganze Zeit jetzt mittlerweile gendern. So, ob das jetzt wirklich das ist, was die Leute lesen wollen, naja, das ist höchst zweifelhaft. Denn schaut mal hier, die Deutsche Tageszeitung hier, also der Tagesspiegel, wollte halt dem generischen Maskulinum weitestgehend abschwören. Und die Leser beschwerten sich so energisch, dass viele jetzt gekündigt haben und jetzt ist die Redaktion zurückgerudert und hat gesagt, oh, wir gendern vielleicht doch nicht. Ja, übrigens für alle Leute, die es noch nicht wissen, es gibt ja auch ganz einfache Chrome Extensions, ne, sowas wie zum Beispiel die, ähm, die, die, die Binneni, Begon und so weiter. Da kann man sowieso alle gegenderten Texte auf allen Webseiten einfach mit dieser Extension wieder in das ganz normale, also in den ganz normalen deutschen Sprachgebrauch und die deutsche Sprache wieder zurückändern. So, hier merkt man also nach und nach, dass die Unternehmen, die jetzt anfangen irgendwie zu sagen, wir übernehmen jetzt einfach mal alle grünen, linken, woken Ideen, ohne uns irgendwie zu orientieren an unseren eigenen und Kunden und an den Leuten, die das konsumieren, dass die dafür massiv abgestraft werden. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite sagt, hey, keiner sollte mehr Müllermilch und so weiter kaufen, dann wird man wahrscheinlich ähnlich, ob es jetzt damals war wie bei Aiwanger, wo man ja versucht hat, mit einer Kampagne irgendwie, äh, ihn schnell irgendwie vor dem Wahlkampf noch eben auszuboten, damit es ja keine, äh, Koalition zwischen der CSU und den Freien Wählern gibt, ja. Und so wird man jetzt wahrscheinlich auch feststellen, dass die meisten Leute jetzt erst recht Müllermilch kaufen oder dass sie einfach sagen, hey, zumindest, was soll eigentlich dieser Affentanz? Kümmert euch mal lieber um die gute Politik, weil da habt ihr genug zu tun. Und wenn ich dann jetzt noch solche Beiträge lese im Handelsblatt, ne, die AfD wird zum Standortrisiko, doch die Wirtschaft schweigt. Die Wahl- und Umfrageerfolge der AfD, der Artikel ist von heute, wie ihr seht, schrecken ausländische Fachkräfte ab und gefährden Zukunftstechnologien. Trotzdem zeigt die Wirtschaft kaum Haltung. Ein Handelsblatt-Report. Das muss man sich mal vorstellen. Und eben in Artikeln steht dann zum Beispiel sowas wie, ja, also im AfD-Programm steht ja drin, dass man keine Subventionen mehr vergeben will. Jeder Ökonom, der etwas auf sich hält, weiß, dass Subventionen in der Wirtschaft mehr Schaden insgesamt anrichten, als Vorteile bringen. Subventionen bringen immer nur denjenigen kurzfristig etwas, diese Subventionen bekommen, aber schaden allen anderen. Das ist eine ganz wissenschaftlich einfache, immer wieder dokumentierte Wahrheit. Das beste Beispiel sind ja sowas wie die Milchseen und so weiter. Fängt man an, die ganzen Milchbauern auf einmal zu subventionieren, entschließt sich halt jeder auf einmal, nach dem Agrarstudium Milchbauer zu werden. Weil es ja da Subventionen in den anderen Bereichen nicht gibt. Das heißt, die Wirtschaft greift irgendwo ein, schon, also die Politik greift in die Wirtschaft ein, schon gibt es die ersten Verzerrungen. Und langfristig geht das immer in die Hose. Und weil die AfD das jetzt nicht machen will und, oh mein Gott, auch noch Steuern reduzieren will. Ja, das ist natürlich eine komplette Katastrophe für die Wirtschaft. Und jetzt frage ich mich mal, welche Studie das angeblich genau sein soll, die jetzt irgendwie dokumentiert hat, dass tatsächlich ausländische Fachkräfte aufgrund der AfD jetzt nicht nach Deutschland kommen will. Also das ist wirklich einfach so an den Haaren herbeigezogen. Es ist eine schlichte, einfache politische Meinung. Es sind keine Tatsachen, das sind keine Fakten, ja. Die könnte man tatsächlich nur dann herauskramen und wirklich auch anführen, wenn jetzt tatsächlich die AfD an der Macht wäre und an der Regierung wäre und Regierungsentscheidungen treffen würden, die eben der deutschen Wirtschaft schaden würden. Und da müsste man sagen, wenn das der Fall wäre, wenn man das dokumentieren könnte, wobei man hier an dieser Stelle sagen muss, viel schlechter könnte es ja gar nicht laufen in der Wirtschaft. Gerade was das alles angeht. Ich meine hier Zukunftstechnologien. Was ist denn mit der Kernenergie? Hat die AfD etwa die Kernenergie abgeschafft? Nee, das war die aktuelle Ampelregierung und die Vorgängerregierung von Angela Merkel. Ja, also wie steht es eigentlich um die Wirtschaftsfeindlichkeit dieser Parteien, die jetzt aktuell diese Energiekrise provoziert haben und die Unternehmen nach und nach ins Ausland gehen und dort investieren? Da kann man doch jetzt nicht alles immer der Opposition in die Schuhe schieben. Ich finde, das ist einfach so wirklich mittlerweile komplett lächerlich. Also Schluss mit diesem Gekanzeln. Lass doch sowohl, und das ist immer das, wofür ich plädiere, nicht pro oder gegen eine Partei, sondern lass doch einfach die Ideen und die tatsächlichen Resultate für sich sprechen. Und darauf basierend kann man dann Rückschlüsse ziehen, ob etwas gut war als Maßnahme oder schlecht als Maßnahme. Ja, ich habe ja nicht die Grünen angefangen zu kritisieren, weil ich irgendwie pauschal etwas gegen Habeck oder gegen Ricarda Lang habe, sondern weil ich die Zustände in Deutschland sehe und man von diesen Zuständen deduktiv ableiten kann, dass diese Politik von denen nicht funktioniert. Ja, und die gehen aber einfach andersrum vor. Und das ist höchst unwissenschaftlich. Die sagen einfach, ja, aufgrund unserer Meinung und unserer Ideologie glauben wir, dass die AfD schlecht für die Wirtschaft wäre, ja, weil sie ist ja nicht an der Macht, so, ohne in irgendeiner Art und Weise einen Beweis dafür zu liefern. Und wenn wir uns die praktischen Beispiele, wie gesagt, aktuell anschauen, dann sehen wir, dass eher Unternehmen, die eben, ob es jetzt Disney ist, ob es jetzt Bud Light ist, ob es jetzt Thibaut ist, ob es der Tagesspiegel, dass eher die Unternehmen sich selbst schaden und somit auch der Wirtschaft und ihren Arbeitsplätzen, die eben anfangen, die ganze Zeit die Ideen und Konzepte von irgendwelchen linken Universitäten, Programmen und Parteien und so weiter zu übernehmen. Also die Fakten sprechen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die behaupten, ja. Also lasst doch einfach sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, ja, die Demokratie entscheiden, die Bürger wählen und dann werden wir tatsächlich die Ergebnisse sehen, statt immer vorher ab irgendwas zu behaupten, was sich einfach in der Realität überhaupt gar nicht nachweisen lässt.